Hallo, ich heiße Markus Schatzeder, bin aus Jettenbach in der Nähe von Walgreiburg. Meine Hobbys sind Fußballspielen und Flashdiving, das ich seit heute mache, aktiv, seit dem 22.06.2013. Und jetzt zeige ich euch, was ich bis jetzt gelernt habe. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los.